So, wo waren wir denn stehen geblieben? Hatten wir mit Fatima schon gesprochen? Ich glaube, mit der hatten wir gesprochen, richtig? Es überrascht mich zu sehen, dass du noch hier bist. Ja, wo soll ich denn sonst sein? Soll ich wieder gehen? Da ist nichts. So kann ich wieder zumachen. Ja, hier kann ich wohl und schalten noch nichts mehr. Schon wieder gefallen? Mein Gott, was ist denn los mit dem Jungen? Ist mein Schluckdring. Hier wird irgendetwas. Wir haben neue Mails. Da sie das Klasse an eure Kunde nicht kennen, möchte ich sie bitten, äußerst umsichtig vorzugehen. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass sie der richtige Mann für die... Wir sind genial, ich will sprechen für sie für die Folge, Robert. Alles klar. Entschuldigung. Ich bin wieder fit. Rote Plan, gehen wir mal ins nächste Gebiet hier. Ich will für sie hoffen, dass sie gute Neuigkeiten haben. Entschuldigung. Entschuldigt mein Eindringen, eure Hoheit, aber eine unserer nördlichen Patrouillen ist überfallen worden. Patz, patz. Elio zieh Schwachkopf. Wir haben die Rebellen in Omerta vernichtet. Was hat das zu bedeuten? Ähm, wie wir gehört haben, eure Majestät, äh, scheinen die Rebellen eine Art von Einsatzkommando von außen zu haben. Äh, wir vermuten, dass sie mit dem Hubschrauber angekommen sind, den wir vorhin entdeckt haben. Einsatzkommandos? Was für Einsatzkommandos? Und woher? Sie könnten angeheuerte Söldner sein, eure Hoheit. Es waren nicht viele. Was? Woher haben die Rebellen das Geld, Söldner zu rekrutieren? Aber egal, ich will ihre Leichen zur Untersuchung haben. Ähm, die Rebellen scheinen den Überraschungseffekt zu ihrem Vorteil genutzt zu haben, meine Herrin. Sie haben uns geschlagen. Besiegt? Wie? Schicken Sie sofort meine Truppen dorthin. Ja, eure Hoheit. Ja, eure Hoheit. Ich hab die Reise hinter mir, Dude. Sehr gut, Dude. So, ich würde sagen, wir laden erstmal nach, oder? Ja. Ähm. Ähm. So, nächstes Gebet. Erstmal speichern. Sind hier überhaupt welche? Keine Ahnung. Schau mal, was hier so los ist. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Bist du denn gesund? Gesund. Kräftige Äther. Was? Ich habe es. Sehr gut. Irgendwel sensor. NICHT. 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 nichts ich hab's hier überhaupt irgendwas zu holen nichts nischt oh hier ist bestimmt was drin nischt 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 dimitri ja ich habe keine zeit ok ich habe keine zeit ok ich habe keine zeit ich habe was entdeckt oh mein gott ein stein den nehmen mit ag mit gar ein stein ein halbes kilo mein gott was ist das für ein stein hey ich habe was entdeckt i got it gesund gesund und hier schon alle gesund zu sein hm was ist denn das da drüben i got it hey ich habe was entdeckt ich habe es ich habe es ganz normale handwerkssort okay hört sich aber schon mal gut an da kann man bestimmt nicht mitmachen Boah, der kann auch mal ein bisschen abnehmen, von wegen, die haben Hunger. Ja, das Gebiet ist nichts, außer auf dieser Dimitri, wo ich nicht reinkomme. Da komme ich später bestimmt rein. Ach, da ist eine Truhe, habe ich gar nicht gesehen. Ich merke das schon. Nix, wir haben ja absolut gar nix hier. Hier ist nix. Kann ich sagen, auf ins nächste Gebiet, was? Gehen wir mal hier. Gut. Achso, ja, ich muss ja hier weiter. Gehen wir mal hier. Duut. Gehen wir mal hier. Gehen wir mal hier. Guten Tag, Sir. Niemand hat so ein Leben verdient. Alles klar. Gibt es irgendwas zu holen? Okay, hier ist alles leer. Dumm gelaufen. Verzeih mir, aber das liegt mir fern. Komme ich da nicht rein, oder wann? Aha. So, Kollege. Dass sie ein Ende haben. Wer weiß. Kriegst du die Tür auf? Zum bestimmt ziehen. Haha. Er war schlecht. Shit. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Kommen wir da rein? Shit. Shit. Oh, shit. Ich bin aus dem Alter. Ja, ich merk das schon. Ich hatte nie mit dem Rauchen anfangen sollen. Oh, ja, das ist auch schlecht. Okay, okay, okay. Ja, hier ist auch nix. Würde ich sagen, speichern wir mal ab. Ist ja nix passiert. Gott sei dank. Äh, Drassen. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Drassen. Gucken erstmal, was hier hinten so alles ist. Da können wir nicht hin. Da scheint ein Berg oder so zu sein. Okay, Reise beendet. Ich warte. Reise beendet. Ich warte. Sollen wir die bekämpfen? Null Prozent Loyalität. In dieser Gegend ist Ärger vorprogrammiert. Oh. Scheiße. Mal fünf Gegner. Zeit, den Müll rauszubringen. Antagonisten in Sicht. Jetzt schon? Oh. Wo bin ich denn? Halt. Warte. 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 Und man kann doch zielen. Ich bin so dumm. Goh! Okay, einer weniger. Tanke in Deckung. Oh. Hier ist ja noch einer. Habe ich nicht gesehen. Oh, noch einer! 1, 2, 3. What's up? Eh. Oh, bad boys. Oh, bad boys. Smokin! Das sind die letzten beiden, ne? Ja, hallo? Selber dumm Kopf. What's up? Wo schießt der ich denn hin? 61 Treffer schon. Okay, ist nicht ziemlich hoch. Hä, wo schießen die hin? Sind die dumm? Ja, hallo? Oh! Bingo! Das hier ist jetzt eine FPZ! Haha, feindfreie Zone! Da ist was! Ich hab's! Ah, sehr gut. Okay, hinten ist nichts. Checken wir den Bauern noch. Gesund! 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 ich mag ich mag gleich schlapp shit also der kollege von uns steht hier am weg was er was solltet mir hier was solltet mir hier was 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 I got it! Nothing! Hallo? Ich bin froh, dass sie das nicht erleben müssen. Ah, bald wird alles besser. Ich bin ja jetzt da. What? Batterien. I got it! Nothing! What? Fällt mir schwer. Ah, hier gibt's schon ein bisschen was zu holen. Gott sei Dank. What? Erste Hilfe Kasse. I got it! Ich raub die jetzt einfach mal aus, ne? What? Murmeln. I got it! What? I got it! Okay, ich bin voll. I got it! 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 Was? Stemmeisen. Ah, sehr gut. Ah, das muss ich ja... Ich krieg bestimmt die Türen leichter mit auf. Ich hab's! Ich hab's! Gut. Haben wir hier auch alles leer geräumt. Jo. Dann würde ich sagen... Das war's erstmal mit der Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten. Bis dann! Ciao! Ciao! Ciao!